Leute, lasst euch nicht täuschen. Genau, wir sind es, Frank West. Und Natura spielt mich gerade. Okay, so, wo sind wir gerade? Hört ihr das? Also, ich weiß nicht, was da drin passiert. Ja? So, mal gucken, was da drin passiert. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, wir könnten die Story wieder zusammen voranbringen. Wenn er sehen würde, wie die Leute... Ach, egal. Scheiß auf ihn. Nein, nicht scheiß auf ihn. So, kombinieren mit was? Ach hier, das machen wir mal. Weißt du was? Wie wär's mit einer runde Funkstelle? Wenn ihr danach ist. So, warte mal. Und was wollte ich nochmal kombinieren mit was? Geht das? Okay. Das heißt, ich erneuere jetzt die Sache, aber keine Ahnung. So, warte mal. Okay, da waren wir ja gerade draußen. So, aber was? Nein, echt jetzt? Fuck! Kann ich da rein? Öffnen. Was befindet sich da drin? Ah, okay, Erfahrungspunkte. Taktisches Outfit. So fühlt es sich also am anderen Ende von Handrail ein. Ach so, das natürlich. Scheiße, es ist verschlossen. Hier auch nochmal öffnen. Sehr schön. So, hier befindet sich nichts weiter. Wichtiges drin. Wo ist, was? Ach, hier waren wir doch zum Anfang hin. Oh, mobiles Telefon wiedergefunden. Sehr schön. Reißen Sie sich irgendetwas auf. Okay, habe ich verstanden. Ich kriege das, Nabel. Aha. Dann müssen wir sie wieder zusammenflicken. Das kostet auch. Verständlich, oder? So, was befindet sich dahinter? Letztlich, ein Forschungslabor. Der Gründer hat sich vielleicht Dr. Barneby? Mal gucken, hä? Was haben wir denn da? Ach so, nur etwas zum Durchsuchen. So, da sind wir wieder. Es geht wieder los. Dokumente haben wir gefunden. Schon mal einiges? Kommander Fontana hat den Fortschritt im Objekt nach oben überprüfen. Genau. Was ist das denn jetzt? Ei. Die züchten diese Dinger. Das kann nicht wahr sein. So, und was haben wir hier? Okay, bisher sehe ich hier nichts Wettvolles. Zumindest das, was ich fotografieren müsste. Nicht das erste Mal hinterher geht dann für mich. Okay, 50% haben wir erst. Das ist nicht viel. Da musste noch irgendwo etwas sein. Ach ja, ich muss da auch schon nach Graffiti-Seiten. Die habe ich hier ganz vergessen. Ist auch verschlossen. Nein. Darf nicht verschlossen sein. So, guck mal. Das haben wir auch schon fotografiert. Das heißt, es kann ja noch irgendwo hier in der Umgebung sein. Ein Computer? Definitiv nichts. Was ist das jetzt eigentlich? Elektroschocker, okay. Wie komme ich denn hier rein? Das ist, das ist komisch. Huh. Und jetzt? Ach man. Das ist doch immer blöd, wenn ich nicht drauf komme. Was ich durchsuchen muss. So ein Nachtsichtgerät brauche ich hier gar nicht. Oder? Nee. Brauche ich gar nicht. Da hinten. Was ist das? Ach so, das ist doch der Schrank. Hm. Ja, was muss ich hier machen? Die Turnhalle erkunden. Finde ich immer sehr schön. Ab und zu ist es echt nervig. Es leuchtet hier aber auch nichts auf, Guys. Das ist krass. Guck mal, jetzt kann ich das Ding hier durchsuchen. Irgendwas übersehe ich hier. Aber nur was? Nee, nee, komm. Kein Selfie. Kein Selfie. Wes, hör auf. Vor allem, wie komme ich hier rein? Ach, hier. Verdammt, ich habe die Tür nicht gesehen. Ja, das ist genauso wie ich habe den Wald vor Lauterbeuen nicht gesehen. Erkältungsmittel. Staub sogar? Kann ich damit etwas kombinieren? Na, eher nicht. So, aber was? Ach so, okay, die Kiste. Was soll das, Frank? Hm, ich glaube, jetzt sind wir durch. Was soll das sein? Denkaufgaben? Sollen die etwa aufs Kalt? Was? Noch immer nicht fertig? Doch, abgeschlossen. Puh. Wurde auch Zeit, ne? Sehr schön. Hm. Hm. Ach, du Scheiße. Okay. Wo sind die denn jetzt? Kommen die jetzt hier rein? Warte mal. Staubsauger, Staubsauger. Ich muss die Waffe gleich wieder austauschen. Ja, komm, wir gehen raus und töten erstmal alles. Oh, oh, oh. Hier, ich weiß was, ich weiß was. Guck mal, hier. Nein, 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 nein. Guck mal, ich habe was Schönes für dich. Du sollst die fressen, Alter. Sag mal. Na, das ist natürlich blöd, dass sie die nicht fressen. Oh. Ai, ai, ai. Schießt, alles was ich habe, schieße ich jetzt drauf. Ai, 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 ai. Meine Fresse sind die stark, ey. Oh, guck mal, der eine Typ da im Käfig, der dreht auch schon ab. Ach, meine Glaskanone. Äh, Eiskanone. Glaskanone. So, was ist das? Hup. Jo, zerstört. Oh, noch mehr. Ai, 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 ai. Na los, kommt runter. Ey, du fliegst gerade. Ich hoffe, dir ist das bewusst, ne? So. Nein, ich hoffe nicht. So, war das der letzte? Na, wo sind sie denn jetzt? Hm. Ich glaube, das war's, oder? Jo, ich würde sagen, das war's. Wir hauen nochmal ab. Äh, Staubsauger kann weg. Oh. Okay. Das gefällt mir grad gar nicht. Ich muss die hier nehmen. Na los, komm mal her. Machen wir hier so ein bisschen auf The Walking Dead. Mit der Baseball-Coiler. Wie hieß die? Weiß wir können immer von The Walking Dead. Lucia? Genau hier, komm. Zeig dir mal, was Lucia so kann. Auf jeden Fall nicht so viel. Jo, geht auch. Okay. Vorgesetzte kann nicht mal. Ja. Fred meinte, dass der Kamer aus Banebich-Lafor in einem Frisorraum gelagert wird. Was? Irgendwo anders. Irgendwo anders. Okay, das werden wir machen. Okay, davon ist es doch schon. Und raus hier. Jo, mach's gut. So. Ei, ei, ei. Was sind wir denn jetzt? Kann ich damit was machen? Oh. Eisschwert. Nice. Geil. Jetzt hab ich noch eins. Nee. Komm. So, Leute. Nur für euch benutze ich jetzt mein Eisschwert. Denn. Oh. Wieder ein Mobiltelefon. Damit ihr hier auch was sehen könnt, weil das auch ein bisschen dunkler ist. Mitzudenken. Warum hauen sie denn nicht ab? Ui, hier. Was? Was? What the fuck? Was sollte das denn grad? Wer hat denn da geschrieben? Okay. Ähm, hallo? 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 Wo sind sie, Sir? Wer war das denn? Das war doch der Soldat, oder nicht? Der zumindest da vorhin auf dem Boden war. Junge, der hat sich aber schnell verwandelt. Ja, hier, pass auf, die Nächsten. Nein, 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 nein. Hier, bitte verpiss euch. Ich hab echt keinen Bock drauf. Ah, da lebt noch jemand. Ja, nice. Ei. Nein. Warte mal. Da muss ich mal kurz enden. Ich muss hier ein Selfie machen. Na, wo bist du? Ach, verdammt. Das ist abgehaunt. Ui, 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 ui. Das war mal ein Zombie. So, der ist auch hinüber. Ja, ich denke mal, ne? So, der ist tot. So, Tresorraum. Werden wir es schon finden. Ja. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber, warte mal. Wir müssen ja jetzt wieder Sachen suchen. So, da vorne ist schon mal was. Siehst du, jetzt muss ich nur noch finden. Das hier ist gemeint. Okay. Hab ich geschafft. Richtig. Ach, hier. Das hier bestimmt. Ne. Was haben wir denn da? Die Akten. Okay, irgendetwas. Ach, hier hinten. Okay, die Dokumente bestimmt wieder. Ach, nee. Doch nicht. Was ist das? Ach, der Computer. Okay. Das weiß ich jetzt auch nicht. Zwar gerne am Computer, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Was ist denn hier? Sag mal, wollen die mich gerade verarschen? Wo denn? Was übersehe ich hier? Okay, da ist es nicht. Aber hier, guck mal. Vielleicht irgendwas unten auf dem Boden? Nee. Man scheint nicht. So, mal gucken, vielleicht jetzt. Ach, man sagt das doch. Kann nicht wahr sein. Richtig. Richtig. Okay. Äh. Ja. Ja. Richtig. Okay. Hier vorne muss ich jetzt ran. Oh. Nice. Ja, dann lassen wir raus. Ich werde dich zu einem Computer bringen und dich so richtig durchziehen. Oh ja, so dich richtig durchziehen. Dann gehen wir mal ran hier am Computer. Lachen wir mal. Ach, Frank. So, was haben wir da drauf? Alter, bist du fies. Okay, er ist hässlich und verrückt. Oh, passt schon. Hm, ich geb dir gleich. In Ordnung. Hansen. Perimeter. Verstanden. Vargas. Inventur. Bild, Notiz zu den Nacken. Alles klar. McCulloch, hoch mit dem Arsch und los. Wir brauchen Strom. Ich will hier keine Unfälle. Äh, ist okay. Das Räumkommando wird in einer Stunde hier sein. Ihr sichert hier alles ab. Verstanden? Ja, sehr, sehr. Gut. Die Leiche wurde um 15 Uhr eingeäschert. Mein siebter Fehlschlag. Und, äh, sieh, äh. Äh, wie bitte? 19 September 2006. Dr. Russell Barnaby. Das ist vermutlich mein letzter Fortschrittsbericht. Es gab einen Ausbruch in der Villa Matt Mall. Hm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wer es war. Ich weiß nicht mal, wie das möglich ist. Ist die Eindämmung undicht? Ich, ich weiß es nicht. Was passiert denn da? Das Experiment bleibt unvollendet. Nach konservativer Schätzung benötigt es weitere 50 Jahre. Die gesamten Daten liegen hier auf einem Hauptsprecher. So habe ich mir das vorgestellt. Freuen wir es uns. Vielleicht kann irgendwann... Du kommst doch nicht mehr so raus. Na, Fräulein. Download läuft. Die Behandlungskammer bleibt bei 62% Effektivität. Sie stellt die reine Wahrhaftigkeit meiner Schöpfung dar. Oder? Untoten nennen sie es. Nie gab es eine größere Ironie. Ohne den Zerfall dieses... ...michalischen Zorn, den fehlenden Intellekt. Denk nur, was dran bleibt. Ein Zombie ist ein Mensch, der nie schläft. Da hat er recht. Er wird nie altert. Tatsächlich ist der Zombie der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ei, was befindet sich denn dort? Doch, obwohl das Nutztier-Experiment fehlschlug, wollen diese Idioten vom Pentagon die Seuche nur als Waffe einsetzen? Beweise. Dafür habe ich an einen sicheren Ort gebracht. Ich wurde von einem unbekannten Agenten einbestellt. Bedeutet wohl meinen Tod. Die Stimme kann vertraut. Vielleicht jemand aus dem Umfeld von Santa Cabeza. Wenn das so ist, muss ich vorbereitet sein. Sollte jemand den Vorfall überlebt haben, meinen Namen, meine Kontaktdaten kennen, werde ich für alles zur Verantwortung gezogen werden. Zudem steigt die Zahl der Infektionen rasant an. Ein jeder bei gesundem Verstand würde hierbleiben. Doch spüre ich diesen irrationalen Drang, mein Werk zu begutachten. Sollte ich mich infizieren, muss ich zurück und die Testkammer hier benutzen. Nein. Oh nein, nicht draufdrücken. Lebt wohl. Möge in Erinnerung bleiben, dass ich für den Schutz des Lebens kämpfte. Und dadurch... Oh, zwei Tote verursachte. Oh, na super. Jetzt haut mal lieber ab. Tja. Was soll das denn? Warum hast du denn geschossen? Jo. Tod, würde ich sagen. Eindeutig. Ja, komm. Was zum Teufel ist hier los? Ja, siehste doch. Hans, raus, die Bewegung! Bewegt! Das war's. Peace, Dad. Oh, jetzt werden die Soldaten zu Zombies. Die einzige Möglichkeit bleibt nur noch, dich einzusperren. Tja. Pass auf, er kommt jetzt gegen den Knopf. Na los, komm. Und er ist derjenige, der zu so einem ultimativen Zombie wird. Da er ja auch noch diesen komischen Exo-Anzug trägt. Ja, los, komm, drück drauf. Drück drauf. Drück drauf. Eieiei. Ey, jetzt geschafft. So, aber jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, Mann, man zeigt ihn einfach nicht. Mann. Was jetzt? Achtung, es gibt einen Befall im Tresorraum. Okay. Oh. Du machst mir keine Angst. Ich weiß alles über den Ausbruch. Es war Korda, einer seiner Soldaten. Charlie Spock, Rückkehr zur Basis. Treib dich raus. Ich muss hier raus. Ja, super, ey. Nur Scheiße, ohne Befüße. Ja, super. Es muss doch einen Weg rausgeben. Ja, ja, komm. Diese Hölle macht ihr Jungs von Obscur, ist das? So, warte mal. Ach, guck mal, hier unten ist etwas. Was haben wir denn hier? Ja, eine Karte gefunden. Ach, warm. Nein. Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte ranzoomen. Definitiv kein Meisterwerk. Frank. Ja, ich bin da. Ich habe jetzt keine Zeit. Korda hat unsere Beute und Fontana will mich gerade umbringen. Moment, was? Gefangen. Kronz hat Beute. Fontana, später. Ah. Okay, Stummgewehr nehmen wir mit. Wir haben wieder ein bisschen Licht. Sehr schön, wir müssen hier hoch. Oh, ich glaube, das wird nicht gut, das wird nicht gut, das wird nicht gut. Oh. Das Mannsweib ist wieder da. Habe ich doch. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen Barnabys Forschung veräßen. Die Zombies euch in eine Art Behandlung zur Unsterblichkeit verwandeln. Alternden Millionären. Geld aus der Tasche ziehen. Das war der Plan, aber Unsterblichkeit ist nicht so profitabel wie billige Arbeitskräfte. Was? Na? Zuerst wollte der Kunde nur die Forschung von Dr. Barnaby ausnutzen. Aber dann tauchten diese schlauen Zombies auf und die Mission wurde geändert. Schlaue Zombies? Sie wollen doch nur Soldaten herstellen. Wir erschaffen eine Armee aus Untut. Geht's noch? Glauben Sie wirklich, jemand gibt diesen Dingern Waffen? Nein. Wir wollten aus ihnen Kaffeebauern machen. Wirklich? Hm, gut. Der Kaffee kann man eine Menge Geld machen. Oder Produktion, Fleisch abpacken oder verfluchte Früchte, keine Ahnung. Ärzte, ärzte, den Schmerz erzten oder so. Billige, ungelernte Arbeitskräfte für die, die Sie kaufen. Nur darum geht es bei diesen Typen. Ja, und wer kennt diese Typen? Sie, Frank. Ich nehme mal an, dass Ihre Steuern zahlen. Hm, ja. Wie geht ihr auf den Nerven? Oh. Ich kriege die Starry Montana. Da habe ich gerade noch gedacht, dass du freundlich bist. Oh. Blackgranaten. Ah. Das klappt aber auch nicht wirklich hier, ne? Guck mal. Ich habe was viel besseres. Blackgranaten. Sag mal, wie sieht es denn mit richtigen Handgranaten aus, ja? Tschüss, Fontana. Zack, 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 zack. Na? Schmeckt's? Ei. Komm. Tja. Das war's, Alter. Was? Mit dem Leben davonkommen? Boah, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt passiert? Kommt das scheiß Viech jetzt raus? Oh, okay. Ähm, wollen wir nicht abhauen? Boah, da hat man ihn gerade gesehen. Ui, okay. Nicht gut. Kommandor, 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 wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Laufen Sie Hilfe, bitte kommen. Negativ, nicht herkommen. Oh, ich glaube, er hat dich. Tschüssi. Sie sprengt sich jetzt selbst in die Luft, oder was? Tatsächlich. Bringt eh nichts. Wirst wahrscheinlich hat er einen Arm verloren, oder? Nö, gar nichts. Kann passieren, ne? Wir haben ihn endlich gesehen, Leute. Jetzt sag mir nicht, sie lebt noch. Das war aber eine schwache Bombe. Nein, sowas nennt man Dummheit. Ei, ei, ei. So, Five-Fier ist somit abgeschlossen. Erosha freigeschaltet. Also unterbrach Hammond ihre Revolutionsplanerei und half mir in die Basis. Okay, wir haben wohl vergessen, die Tür hinter uns zuzumachen. Zwar ein Blutbad. Halten wir einfach fest, sie haben es verdient. Ich erfuhr, dass Obsturist mit Hilfe von Barnabys Forschung Zombies sklaven erschuf. Was wirklich gar nicht geht. Und Corder? Hier, hör mal. Ja, da ist er. Ein Exocyt und ein Zombie haben ein Baby. Und es ist groß, hütend und besitzt der Daten, die ich brauche, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich brauche sie dringender denn je. Weil Fontana tot ist, kann ich anders nicht beweisen, dass die Regierung hinter all dem steckt. Und das ist die Pointe. So, Five-Fier ist gelöst. Nice, sechs Stunden haben wir bisher. Oh, Belohnung. Bazookakanone, die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge herstellen. Nice. Fortfahren erstmal. 50 Prozent. Das geht aber noch besser hier. Blogger. Nice. Ich muss aus dieser Todesfalle raus und Corder finden. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute. Aber trotzdem. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben endlich mal diesen besonderen Zombie gesehen mit dem Exosuit. Scheint auf jeden Fall sehr, sehr stark zu sein, denn die Granate oder was auch immer das war, hat nichts gebracht. Hey, wie das Blut da so runterläuft, ne? Naja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und falls euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einen Daumen da, ein Abo oder auch einen Kommentar. Ja, jetzt schießen wir nochmal ein schönes Bild und bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Ja, jetzt schießen wir mal.